Die Copa Conmebol 1993 war die zweite Ausspielung des südamerikanischen Vereinsfußballwettbewerbs, der mit dem europäischen UEFA Cup vergleichbar war. Es nahmen wie im Vorjahr 16 Mannschaften teil. Der brasilianische Vertreter Botafo Gefrau gewann das Finale gegen Club Atletico Penarol. Torschützenkönig wurde der Brasilianer Senvil vom Sieger Botafo Gefrau mit acht Treffern. Erste Runde Die Hinspiele fanden bis zum 12. die Rückspiele vom 12. bis 24. August 1992 statt. Viertelfinale Die Hinspiele fanden vom 22. bis 29. August die Rückspiele vom 1. bis 5. September 1992 statt. Halbfinale Die Hinspiele fanden am 8. und 9. die Rückspiele am 15. September 1992 statt. Finale